Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Heute stehen wir nicht im Bett auf, sondern wir stehen plötzlich vor der Tür oder in der Eingangstür, weil wie das passieren konnte und wer es verpasst hat, sollte sich noch mal das Ende der letzten Folge anschauen. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Also heute aufgestanden im Türrahmen oder gerade gerade eben erst nach Hause gekommen, mal was anderes. Wir können gar nicht mehr so viel Gold einschmelzen. Macht nichts, dann schmelzen wir Eisen ein, neben Gold, auch gut. Und ja, wir sollten hier unbedingt aufräumen. War gestern dann doch anscheinend ein bisschen verplant alles, aber was soll's. So, hier oben einmal Gold ernten. Eisen ernten. Einschmelzen, natürlich. So, die Mayonnaise wollen wir verkaufen. Ne, das ist Milch. Die Mayonnaise wollen wir verkaufen. Die Eier legen wir mal da munter rein. Die Milch, die wir gestern noch gesammelt haben, was gar nicht so viel ist. Interessanterweise. Ebenfalls. Und der Rest kommt mal wieder in den Kühlschrank. So, dann ist unser Inventar schon mal ein bisschen leerer. Dann Käse hier rein. Das hier rein. Äh, Harz. Hier rein. Die Wolle hier rein. Die Voidex müssen noch in den Kühlschrank. Und dann haben wir, sind wir damit auch soweit erst mal fertig. Die Mayonnaise verkaufen wir. Gucken wir nochmal in den Keller runter. Da ist nichts zu tun. Das ist toll. Draußen wird auch nichts zu tun zu sein, weil es ist Winter. Und, ähm, jetzt gehen wir dann doch noch mal ganz kurz ins Bett. Erstens gucken, ob heute irgendwas Wichtiges ist. Nein, aber morgen hat Linus Geburtstag oder Linus Geburtstag. Das ist wichtig. So, und dann nehmen wir uns mal ein bisschen Angelzubehör mit. Wenn ich die Kiste finde. Natürlich ist es die letzte Kiste. Ähm, genau. Wo wir uns mal das hier mitnehmen. Denn wir werden heute fischen gehen. Fischen gehen wir, weil wir noch Fische brauchen. Und, äh, da habe ich ein bisschen gearbeitet, herausgearbeitet, was uns denn noch fehlt. Und zwar habe ich ja normalerweise mir immer die Mühe gemacht, dann herauszuschreiben, welche Fische wir nur im Winter fangen können, damit wir die dann halt auch fangen. Und, ähm, bin dann mal hier durchgegangen und habe gesehen, äh, uns fehlt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Fische fehlen uns noch. Ähm, witzigerweise gibt es nur drei Fische, die, äh, nur im Winter gefangen werden können. Und die haben wir schon. Ähm, das heißt, die können es nicht sein. Dann bin ich die Liste nochmal durchgegangen und habe geschaut, zu was diese Silhouetten passen könnten. Also, fünf Fische von denen können wir schon mal abziehen, weil das diese seltenen Fische sind. Die werden wir auch irgendwann angehen, wahrscheinlich relativ bald. Zumindest die saisonabhängigen. Und das wäre einmal, wären diese beiden Fische, äh, der da, der da und der da. So, dann haben wir noch fünf Fische übrig. Der nächste Fisch, der mir hier aber, den ich nicht so ganz verstehe, ist das hier. Ähm, und dieser Fisch ist kein Fisch, sondern das ist eine Muschel. Um mal das Icon dazu zu zeigen, das ist das hier. Eine Miesmuschel. Das ist eindeutig dieses Symbol. Ähm, ja, so eine haben wir wohl noch nicht gefangen. Ähm, und ich weiß nicht, wie man die fängt. Ähm, ich vermute, zählt das auch, wenn man es gefangen hat, indem man es in diesen, wie heißen diese Teile da, die man ins Wasser stellt, diese Fischreusen. Also wahrscheinlich muss man die irgendwie so fangen. Ansonsten weiß ich nicht, wie ich da rankommen sollte. Sprich, wir sollten die Fischreusen wieder mal öfters benutzen. Anscheinend. Gut, und dann haben wir noch vier weitere Fische. Und diese Fische findet man nicht, äh, naja, muss man nicht im Winter fischen, sondern zwei davon findet man in der Wüste. Eins in diesem Mutanten-Ding da unter Wasser, äh, unter der Erde, neben Krobus. Und eins bei der Hexe. Das heißt, wir gehen heute, ja, fischen. Im Prinzip. An unterschiedliche Stellen. Und, ähm, ja, gucken mal, was wir so fangen. Also vier Fische fehlen uns. Die können wir jederzeit fangen. Nur in der Wüste haben wir das Problem, dass wir da ein bisschen Zeit, an die Zeit gebunden sind. Äh, wir können hier mal lesen. Oh, vielen Dank für letzte Nacht. Ich hatte eine tolle Zeit. Ich bin eigentlich ziemlich froh, dass der Bär aufgetaucht ist. Äh, ja, man sieht sich. In Liebe, Emily. Oh, das ist eine nette Nachricht. Ich bin eigentlich ziemlich froh, dass der Bär aufgetaucht ist. Okay, noch eine Nachricht. An Knulf. Ich habe letztens eine Feldstudie. Blablabla. Wir kriegen so eine komische Muschel. Sehr schön. Danke. Ähm, genau. Dann gehen wir mal ganz kurz hier ran. Verkaufen die Mayonnaise und die Regenmuschel, die wir gerade bekommen haben. Und da eh die gute Pam noch ein bisschen braucht, bis sie da ist. Darf ich mal anmerken, dass das ziemlich lustig ist, dass im Wiki zwar steht, dass man ab 6 Uhr morgens in der Wüste fischen kann. Aber man so früh ja gar nicht in die Wüste kommt. Das ist lustig. Hm, Winterrute. Oh, ein Winter-Eichhörnchen. Ja, solange Pam nicht da ist, äh, hm. Reite ich mal in den Süden und gucke, ob ich Würmer finde. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das mit den Würmern kann verdammt zäh werden. So, Jess. So. Ich finde es toll, dass ich die Namen mittlerweile kann. Nach über 300 Folgen kann ich dann so langsam endlich mal die Namen. Das ist doch toll. Gut, dann ist ja jetzt Pam so langsam mal arbeitsbereit. Unsere Winterrutes wachsen so langsam vor sich hin. Hallo, auch schon da. Das ist ja schön. Dieser Baum ist übrigens dasselbe wie der, nur gespiegelt. Fällt mir gerade nur so auf. Hm. Auf geht's. Komm, wir müssen in die Wüste. Wir sollten Sandy noch was mitbringen. Die mag doch gerne Blümchen, oder? Nee, was wollte sie mal? Ich muss gleich nochmal nachschauen. Äh, was wollte sie? Sandy war Deftel. Okay. Das ist okay. Dann kriegt sie da eine mit. Wenn ich sie finde. Da. Das ist mir jetzt gerade wurscht. Sehr gut, dass wir jetzt ewig auf auf Pam gewartet haben. Und jetzt muss sie auf uns warten. Na ja. So ist das halt. Harte Leben eines Berufsfahrers. So, wir fahren in die Wüste. Wir können es uns ja leisten. Und da müssen wir jetzt einen Sandfisch und einen Skorpionenkarpfen fischen. Ich kann mich gerade ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass hier ein See war. Aber jetzt, wo ich es gerade sehe, sehe ich den See. Ja, gut. Gehen wir erst zu Sandy. Und diese... Oh, es sind viele Würmer hier. Ich sehe ausgetrocknet aus. Ja, danke. Du kannst draußen Kokosnüsse und Kaktusfrüchte finden. Nimm so viele du willst. Mach ich. Schon immer. So. Oh, sie mag es, Geschenke zu bekommen. Tschüss. So. Dann machen wir einmal einen Rundweg, um diese Würmer hier einzufangen. Artefakt-Spots natürlich, offiziell. Wir fangen Artefakt-Spots ein. Das ist echt unmotivierend, wirklich. Würmer fangen und dann kommt nie was raus, was ich will. Gut. Und dann fischen wir mal. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, ich gehe hier hoch. Und dann fischen wir. Ist da noch alles drin? Ja, passt. Plupp. Und hoffen, dass wir einen Sandfish und einen Skorpionkarfen finden. Ansonsten bin ich auch sehr gespannt, was wir dann noch finden werden. Brillen zum Beispiel. Ja, Brillen findet man in der Wüste auch sehr gerne. Weil wenn die Leute natürlich hier in der Wüste schwitzen und innen warm ist und sie ins Wasser springen, dann verlieren sie ihre Brille im Wasser. Und die fischen wir raus und, naja. Treffer. Ja. Oh, den will ich haben. Weil vielleicht sind da ja Artefakte drin. Außerdem ist der jetzt nicht sonderlich schwer. Ja, jawohl. Wir haben einen Sandfisch. Und? Kohle. Na ja, gut. Kohle ist gut. So, damit haben wir jetzt einen Fisch weniger zu fangen. Denn diesen Fisch haben wir jetzt. Aber wir fischen jetzt hier weiter, weil wir auch noch diesen Skorpionkarpfen brauchen. Mal gucken, ob wir ihn irgendwann kriegen. Der ist schon mal ein bisschen hektischer. Vielleicht ist er es ja. Oh nein. Noch ein Sandfisch. Neuer Rekord. Juhu. Krieg ich mir nur nichts. Wäre auch toll, wenn jetzt auch noch ein Aal rauskommen würde. Oh Gott. Ich habe eine Ahnung, dass er das ist. Oh Gott. Oh Gott. Ah, scheiß an mich. Oh Gott. Yes. Hüu. Skorpionskarpfen. Ich hab dich. Alter. Krasser Skorpionkarpfen. Hier ist er. Sehr gut. Gut. Dann können wir zurückgehen. Perfekt. Fahren wir wieder zurück. Und wir haben das erreicht, was wir heute machen wollten. Zumindest hier in der Wüste. Ja. Einmal zurückfahren. Und dann gehen wir jetzt auch noch in den Mutanten-Dingens da rein. Ach ja, es schneit ja hier. Cool. Okay. Dein treues Pferd wartet geduldig auf deine Rückkehr. Das ist lieb. So. Nachdem hier gerade so ein Quest ist. Suche nach einem hübschen jungen Mann, der mir Quarz bringt. Okay. Haben wir zufälliges dabei? Null. Machen wir vorhin morgen. Ich wette, wir werden es vergessen. So. Dann gehen wir mal hier runter. Und hier finden wir nämlich einen Slimejack. So heißt er zumindest im Englischen. Na, das wird hier eklig. Da bin ich sehr gespannt, wie der aussieht. Vor allem, was wir jetzt hier fischen werden. Oh. Es hat geblubbert. Also, da dachte ich, das ist ein Fisch. Aber es war nur das Geräusch vom Allgemeinen hier. Die Weißalge ist übrigens grün. Ja, die auch. Ja, Treffer. Okay. Oh Gott. Guck mal, wie der Fisch, der Vorschaufisch schon ausschaut. Lol. Komm. Yes, hab ihn. Mutantenkarpfen. Du hast einen der legendäre Fische gefangen? Das war ein legendärer Fisch. What? Mutantenkarpfen. Stimmt. Cool. Yay. What the fuck? Okay, wir haben einen legendären Fisch gefangen. Das ist gut. Dann sind wir aber an der falschen Stelle. Das sind die Sewer. Und der sollte beim Mutantenbug... Wo ist denn das? Mutantbug Lair. Ah, Gott. Cool. Okay. Gute Nachrichten. Wir haben einen der legendären Fische gefangen. Schlechte Nachrichten. Wir sind an der falschen Stelle. Sehr gut. Das macht aber gar nichts. Diesen hätten wir immer fangen können. Sollen wir den zweiten auch noch versuchen? Den zweiten legendären, den man im Winter fangen kann? South End of Arrowhead Island in Sintersep Forest. Deep Water requires Level 6 Fishing. Okay, das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Yeah, wir haben einen legendären Fisch gefangen. Wow. Und was machen wir mit dem? Das merkwürdige Wasser der Kanalisation hat diesen Karpfen in ein Monster verwandelt. Okay. Ähm, ja. Also wir sollten eigentlich hier reingehen. Und das ist die Stelle, wo es diesen einen Fisch gibt. Ach ja, da gibt es ja... Na, nicht gießen. Ich habe die Gegner gegossen. Ach ja, hier gibt es Algensuppe. Hm, Algensuppe. So, eigentlich will ich nur einen schönen Ort haben, wo ich angeln kann. Lecker. Hier waren wir gar nicht oft. Da finde ich das gut. Gut, so, hier angeln wir. Und hier sollten wir diesen... Den Slimejack finden. Ich muss ja zugeben, ich hätte es jetzt schwieriger erwartet, diesen... Geh weg. Ich hätte es jetzt schwieriger erwartet, diesen legendären Fisch zu fangen. Wahrscheinlich ist es schwerer, die Orte zu finden. Ja, Treffer. Oh Gott. Okay, lass mich erst das Ding sammeln. Er macht ja gar nichts. Okay. Okay. Wie auch immer. Pauler Fisch. Das ist ja ein normaler Karpfen. Kann ich mal aufhören, hier rumzufahren, wenn ich hier angele? Sind die so einfach zu fangen, weil die hier irgendwie so in Slime liegen oder was? Das ist ja total lustig. Einen Karpfen wollte ich aber nicht. Das ist ja echt total lustig. Ah, ja gut. Okay, mit anderen Worten, wenn wir irgendwie mal nach Artefakten fischen wollen, müssen wir das hier machen. Ja, noch einen Karpfen. Ja, noch mehr Gioden. Ja, mal schauen, wie lange es dauert. Ja, das sieht schon besser aus. War recht easy. Und es ist eine Schleimmakrele. Yay! Damit haben wir das Ding auch. Und dann fehlt jetzt nur noch einer. Einer, den kriegen wir auch noch hin. Den kann man nämlich auch jederzeit fischen. Und wir müssen... Ah, nee, das ist immer falsch. Das ist immer falsch. Da kommt man hier ja gar nicht lang. Cool. Wow, heute sind wir echt... erfolgreich. So, dann gehen wir hier schnell wieder raus. Weil wir sind komplett falsch. Wir müssen nämlich zu dem Teich bei der Hexe. Und dankenswerterweise ist mein Pferd ja da. Und dann müssen wir... Ah, wo war das? Das war oben bei der Zugstrecke durch den Spalt durch, gell? Glaube ich. Ist auch ganz praktisch. Dann können wir hier schnell nach Würmern Ausschau halten. Das ist auch in Ordnung. Aber tendenziell finden wir ja wieder nichts. Haben wir tatsächlich aus Versehen... einen legendären Fisch gefangen. Da sind übrigens Würmer. Eine Winterwurzel. Super. Ganz toll. Ganz großes Kino. Yeah, gemischt ist er. Ja, zart gut. Ganz toll. Wird immer besser. So, hier. Da geht's durch. Pferdchen, bleib du da. Zack. Teleportieren. Und hier kann man... den letzten Fisch fangen, den wir brauchen. Also von den normalen. Und das ist ein Void Sermon. Kriegen wir doch bitte noch hin. Wär toll. Ja, das wird er sein. Den finde ich deutlich schwerer als diesen legendären Fisch. Kann natürlich auch Glück sein. Yes, wir haben ihn. Jawohl, das sieht sehr nach einem Schattenlachs aus. Void Sermon. Ach, Sermon ist Lachs. Ja, stimmt. Richtig. Und damit haben wir alle Fische, die wir fischen können. Außer die legendären Fische, die jetzt nur noch vier sind. Der da, der da, der da und der da. Und diese komische Miesmuschel. Oh, ich weiß nicht, wie ich die fischen soll. Ich würde ja einfach mal vermuten... Also, heute erfolgreich geangelt. Das ist schon mal gut. Mehr als erfolgreich geangelt. Tja, es ist die Frage. Sollen wir einfach mal auf ganz blöd von diesen Reusen noch mehr aufbauen? Oder ganz, ganz viele aufbauen? Zählt das zum Fischen? Ich bin mir nicht sicher. Aber warum nicht? So, ich mache jetzt erstmal Inventar leer. Weil es ist ganz schön voll. Wir haben wohl zwei, drei Fische gefischt. Das gehört hier rein. Dann haben wir da oben eine Brille zum Recyceln. Dann lege ich mal einen Quarz zurück, weil ja hier gewisse Personen einen Quarz haben möchten. Dann Stein zurück, Kohle zurück, Lehm zurück und das zurück. Das auch. Käferfleisch haben wir schon lange nicht mehr gebraucht oder benutzt. So, das kommt hier rein. Das hier rein, das hier rein. Dann haben wir die lustige Kaktusfrucht. Die kommt da rein. Die Winterwurzel, die dürfte eigentlich hier drin sein. Jawohl. So, und dann haben wir noch ein paar Fische. Karpfen. Mal gucken, welche selten sind. So, die sind logischerweise alle selten. Und die kommen alle hier rein. Genau. Und wie gesagt, es wundert mich halt so ein bisschen. Man findet echt Algensuppe. Das ist total lustig. Diese Miesmuscheln haben wir ja. Da sind sie ja. Aber die haben wir ja immer nur am Strand wahrscheinlich gefunden, aber noch nicht einmal gefangen. Ich hoffe, dass uns das gelingt, weil wir nicht haben wir ein Problem. Und zwar ein ernsthaftes. So, hier haben wir zwei Giuden zum Aufmachen. Das war für die Hayley. Die Algensuppe kommt in den Kühltrank. Dürfte man wahrscheinlich sogar noch ein bisschen westliche andere Algensuppe haben. Ja, wir haben genug Algensuppe, sagen wir mal so. So. Das einmal zurück. Dann noch mehr Eisen einschmelzen, jetzt wo wir ein bisschen Kohle gefunden haben. Die Mayonnaise können wir noch verkaufen. Dann brauchen wir wieder ein paar Eier, die wir verwerten wollen. Und Milch haben wir, glaube ich, gerade nicht mehr. Also keine Milch, die wir verwerten wollen. Genau, cool. Dann hat das doch schon mal ganz gut funktioniert. Raus gehen wir ganz kurz zum Verkaufen. Von der Mayonnaise. Wir legen den Käse noch zurück und räumen noch ein bisschen auf. Und dann gehen wir ins Bett. War ja, die letzte Nacht war ja sehr anstrengend. Offensichtlich. So, legen wir hier rein. Und ich mache mich wahrscheinlich mal schlau, wie das mit diesen Miesmuscheln ist, wie wir die fangen. Also das gefällt mir jetzt schon mal ganz gut, weil jetzt wirklich nur noch die legendären Fische fehlen. Genau, finde ich gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. Und ich sage, jetzt gehen wir einfach schon ins Bett. Ich meine, der Teil ist, glaube ich, eh lang genug geworden, wenn ich mal kurz ins andere Fenster schaue. Ja, 25 Minuten reicht doch. Dann können wir auch mal früh ins Bett gehen. Oder war noch irgendwas? Nö, morgen hat Linus Geburtstag. Sehr wichtig. Gehen wir schlafen. Zweiter Tag im Winter, Jahr 3. 2000 durch die Mayonnaise, 300 durch diese Regenbogenmuschel. Naja, kein erfolgreicher Tag im Sinne von Verkaufen, aber sehr erfolgreich im Fischen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.